Willkommen zurück zum Thema befristete Arbeitsverträge. Wir sind also mitten im Arbeitsrecht im Bereich Personal oder Personalmanagement, auch genannt Personalwirtschaft. Und es geht darum, dass es Arbeitsverträge gibt, die unbefristet sind. Und es gibt im Prinzip kann man sagen mehr und mehr Arbeitsverträge, die befristet sind. Und wir haben gesehen, es gibt zwei Gründe, aus denen man befristen kann. Einmal aus sachlichem Grund und einmal ohne sachlichen Grund. Und diese Mindmap widmet sich dem leichteren Thema von den beiden, Befristung aus sachlichem Grund. Die Rechtsgrundlage ist das Teilzeit- und Befristungsgesetz. So heißt es offiziell. Teilzeit- und Befristungsgesetz. Dann machen wir es vielleicht so. Teilzeit- und Befristungsgesetz, abgekürzt TZBFG. Ich sage auch ab und zu mal kurz Teilzeitbefristungsgesetz. Und da finden wir sehr detaillierte Regelungen zur Befristung ohne sachlichen Grund. Aber wir finden auch eine beispielhafte Auflistung von Gründen, aus denen man befristen kann. Also wir können das nennen anerkannte sachliche Gründe. Gründe für was? Für eine berechtigte Befristung eines Arbeitsvertrags. Und das finden wir in § 14 Absatz 1 des Teilzeitbefristungsgesetzes. Wir haben im letzten Video hier auch schon mal reingeschaut. In § 14 Absatz 2 geht es dann um die Befristung ohne sachlichen Grund. Im § 14 Absatz 1 finden wir eine... Moment, hier fehlte doch was. So, ich war etwas irritiert. Teil TZBFG. Teilzeit- und Befristungsgesetz TZBFG. So, also zurück zum Thema hier. Im Absatz 2 geht es um Befristung ohne sachliche Grund. Im Absatz 1 finden wir diese beispielhafte, nicht abschließende Regelung. Aber wenn ein Grund dort genannt ist, dann können wir ihn nennen, einen anerkannten Grund, weil es im Gesetz so steht. Und diese Gründe lauten Aushilfe. Jemanden befristet einzustellen als Aushilfe ist ein anerkannter sachlicher Grund. Und Vertretung. Ja, und hier gibt es verschiedene Konstellationen. Vertretung, zum Beispiel Krankheit. Also Krankheitsvertretung. Dann Vertretung aus Gründen von Mutterschutz. Und Vertretung aus Gründen von Elternzeit. Das ist sicher auch nicht vollständig hier. Aber das sind verschiedene Möglichkeiten. So, dann die Befristung aus sachlichem Grund. Erprobung. Das ist eine interessante Konstellation. Erprobung des Arbeitnehmers. So, ich muss mal dazu schreiben. Erprobung des Arbeitnehmers. Dann die Saisonarbeit. Das sind Branchen, die halt diese saisonalen großen Anfälle von Arbeit haben. Und dann wieder saisonal bedingt wenig oder gar keine Arbeit. Klassisch Gastronomie. Klassisch Hotelgewerbe. Stoßzeiten im Sommer. Stoßzeiten, wenn die Sonne scheint. Stoßzeiten, wenn man Tische rausstellen kann. Und draußen Leute sitzen können und die dann bedient werden müssen und so weiter. Ja, das sind Beispiele für Saisonarbeit. Dann auch anerkannt ist die Befristung für Forschungsprojekte. Dann für kulturelle Austauschprojekte. Projekte sind definiert als bestimmte Tätigkeiten, die einen Anfang und ein Ende haben. Und einem Zweck dienen natürlich. In dem Fall hier Kultur oder hier Forschung. Das ist ein Projekt. Ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Und dementsprechend hat man auch die Befristung für den sachlichen Grund. Dann ABM-Maßnahme. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Das ist wieder etwas, was Sie nur Politiker ausdenken können. Und dann auch auf Wunsch des Mitarbeiters. Auch eine interessante Konstellation. Ja, auf Wunsch des Mitarbeiters. Denn oft sitzt dann ein Vertreter des Unternehmens und der neue potenzielle Arbeitnehmer zusammen. Und dann überlegt man, wie können wir es machen. Wir würden sie gerne ausstellen. Aber wissen Sie, wir haben da Vorgaben von der Zentrale. Und jetzt nehmen wir mal an, das stimmt alles. Man kann natürlich auch viel erzählen von Vorgaben von der Zentrale, die gar nicht stimmen. Aber nehmen wir an, das stimmt. Wir haben da Vorgaben von der Zentrale. Wir dürfen jetzt im nächsten Quartal nicht noch jemanden unbefristet einstellen. Wir haben aber ein gewisses Budget und eine befristete Einstellung wäre möglich. Wie können wir das denn machen? Und wenn Sie einmal drin sind, wissen Sie, dann bleiben Sie auch drin. Und dann werden wir es schon irgendwie schaffen, dass wir Sie dann in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis rüberhiefen. Ja, und was könnte denn das sein? Und das könnte, sagt der potenzielle Arbeitnehmer, sagen, ich wünsche das. Ja, Wunsch des Arbeitnehmers. Schon hat man eine Befristung aus sachlichem Grund. Und schon ist die Zentrale ruhig und schon hat man den Menschen eingestellt. Also hier, sich hier ein bisschen auszukennen, vor allem was praktische Gestaltungsmöglichkeiten angeht, ist schon nicht verkehrt als Führungskraft. Ja, so. Dann ist natürlich immer die Gefahr aus Sicht des Arbeitnehmers, dass er befristet wird aus sachlichem Grund. Das Projekt geht zu Ende. Und dann kommt eine neue Befristung. Er kriegt immer noch keinen unbefristeten Arbeitsvertrag, was sein Wunsch wahrscheinlich ist. Sondern es wird wieder ein Arbeitsvertrag gemacht, der befristet ist aus sachlichem Grund. Also wir müssen sprechen über die Mehrfachbefristung aus sachlichem Grund. Kann man das machen? Kann man da, manche nennen das Kettenarbeitsverträge, kann man sowas machen? Mehrfach aus sachlichem Grund befristen, aus unterschiedlichen sachlichen Gründen. Und da sagt die Rechtsprechung maximal dreimal. Das ist so etwas, was Sie nicht im Gesetz finden, jedenfalls nicht nach meinem Kenntnisstand, sondern so ein Prinzip, was in der Rechtsprechung entwickelt wurde. Ich kann hier keine Garantien geben, weder für den Arbeitgeber, dass vielleicht ein Arbeitnehmer, der jetzt vielleicht zum zweiten Mal sachlich befristet wird, vielleicht trotzdem erfolgreich sich in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis klagt. Und ich kann auch nicht garantieren, dass ein Arbeitnehmer, dessen Arbeitsvertrag jetzt zum vierten Mal aus sachlichem Grund befristet wird, dass der unbedingt immer zwingend vor dem Arbeitsgericht gewinnt. Abgesehen davon, was ist das für ein Arbeitsverhältnis, wenn die Entscheidung darüber vor einem Gericht fällt. Das ist ja etwas, was man auch noch überlegen muss, denn das hat ja nun auch was mit Vertrauen zu tun. Aber das ist so eine Antwort, die man in einer Prüfung geben kann. Sagen Sie mal, was ist denn, wenn jetzt der Arbeitgeber hingeht und er befristet, er befristet, er befristet, dann kann man sagen, die Rechtsprechung sagt hier maximal dreimal. Ja, sonst Risiko der Arbeitnehmerklage auf unzulässigen Kettenarbeitsvertrag. Also das bedeutet auf Deutsch, wenn der Arbeitgeber das macht, wenn also mehr als dreimal befristet auf Sachen im Grund, dann kann es passieren, dass der Arbeitnehmer eine Klage anstrengt und sagt, ich befinde mich im Status eines unzulässigen Kettenarbeitsvertrags und ich möchte jetzt gern einen unbefristenen Arbeitsvertrag. Und es kann sein, dass der Arbeitgeber das verliert, aber die Frage ist immer, wer am Ende wirklich verliert. Ist es sinnvoll, wenn ein Arbeitnehmer sich seinen unbefristeten Arbeitsvertrag erklagt hat? Das hängt sicher auch von der Größe des Unternehmens und der Anonymität ab hier, aber das muss man zusätzlich überlegen. Dann gewinnt man erst mal vor Gericht und dann hat man den unbefristeten Arbeitsvertrag und ist dann trotzdem nachher der Verlierer. Denn wenn ein Arbeitgeber einen Arbeitnehmer loswerden will, dann schafft er das. Und wenn er einen Grund konstruiert, das ist alles unter der Gürtellinie, ich weiß, aber so ist eben manchmal das Leben. Und es wäre fatal, nicht auch darauf hinzuweisen, dass es sowas schon gegeben haben soll. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal.